Ja, alle hallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zur heutigen Demo. Heute spielen wir jetzt die Demo zu Monster Hunter Rise. Das heutige Spiel ist in zwei Parts unterteilt. Einmal hier eine Runde Solo. Da spiele ich eine Tutorial-Mission, wo wir das Reiten ausprobieren. Und im Nachhinein haben wir noch eine zweite Runde. Zusammen mit dem Sven von Akadari. Da haben wir mehrere Stunden Monster gejagt. Und ich gebe euch die beste Jagd davon, die wir hatten. Der Sven war noch ein recht neuer Spieler in dem Bereich. Also er hat das Spiel bisher gar nicht gespielt, aber er hat sich eigentlich relativ gut geschlagen. Und ja, was dabei rumkam, das könnt ihr dann sehen. Ich habe ihm auch fast durchgehenden Tipps gegeben. Also nicht wundern, wenn ich hier die Tipps hin und wieder gebe. Ja, und damit herzlich willkommen zur heutigen Demo. Ich weiß, beim Demo-Dienstag wollten wir eigentlich Spiele supporten, die jetzt nicht so hart vermarktet werden. Aber bei Monster Hunter Rise wollte ich mal eine Ausnahme machen, weil ich ein extremer Fan der Monster Hunter Reihe bin. Und die Demo auch nur für eine begrenzte Zeit verfügbar ist. So, ich habe jetzt Deutsch hinbekommen. Äh, nicht? Ja. Wir haben vier Missionen, die wir machen können, bis die Vollversion im März rauskommt. Und es gibt zwei Sachen, die ich auf jeden Fall gerne sehen würde. Nämlich einmal den Weifernritt. Das ist nämlich neu. Und den Großidenten-Sushi, weil das Vieh kenne ich noch nicht. Die Mitsune kenne ich schon aus vorherigen Teilen und das Basistraining soll eigentlich nur so sein wie bei World. Ich würde sagen, wir machen zuerst ein Zweifelritt-Training. Weil das will ich unbedingt sehen. So, und wer mich noch nicht kennt bei dem Spiel, der möge erstaunt sein. Ich spiele für gewöhnlich Energieklinge. Mir ist scheißegal, dass das eine Frau ist. Ich spiele am liebsten Energieklinge. So. Quest startet. Weifernreiten ist eine echt krasse Technik, die mit Eisenseide arbeitet, um einem Monster deinem Willen zu unterwerfen. Beim Reiten kannst du das Monster zwingen, andere Monster anzugreifen oder es sogar in Wände krachen lassen und übel verletzen. Nun ist es mit ein paar Schritten nötig, um dich erfolgreich auf einem Monster zu halten. Und genau das üben wir heute. Wenn du bereit bist, komm zum Treffpunkt. Da gebe ich dir dann nähere Infos. Okay, Weifernreit steuerst du ein Monster. Halte R und bewege dich mit L. Greife mit A und X an. Bleibe ich mit B aus. Mit Y kann ich das Viech nach vorne schleudern lassen. Da unten habe ich so eine Leiste. Die sagt mir, wann ich das Viech reiten kann. Okay. Wir lernen das noch alles im richtigen Spiel. Natürlich erstmal alles mitnehmen, was nicht nid- und nagelfest ist. Das mache ich immer so. Und gönne mir erstmal ein gebratenes Steak. So. Ich will da runter. Oh, ich kann mittlerweile einen Sprung der Steak verletzen. Das ist neu. Was für eine Klinge habe ich überhaupt hier? Ist auf jeden Fall von einem neuen Monster. So, ich bin bereit für den Ritt. Ich muss es erst in den Reitbar-Status prügeln. Okay. Okay. Mit Seidenbinderkäfern. Ah, wenn ich es durch und durch mit diesen Seilkäfern angreife, wird es sich irgendwann verheddern. Okay. Jeder Waffentyp hat eine eigene Seidenbinder-Technik. Ich kann damit schnelle Sprints in der Luft machen. Ja, aber das lernen wir ja alles noch, ne? ZL und X für eine vertikale Bewegung. A für eine vorwärts. Und ZR, um mich in die Zielrichtung zu bewegen. Okay. Beim Langschwert sieht das richtig geil aus. Okay. Nice. Boah. Wird das eine Arbeit, sich da reinzuspielen? Äh, kriege ich noch einen Viech dafür? Okay, die Marionett-Spinne. Das ist eine Marionett-Spinne. Oh, damit kann man ein Monster Reitbar machen. Okay, funktioniert beides offenbar. Okay, wir haben extra einen Arzoros hierfür. Und wie nutze ich dich? Hab sie. Wo habe ich sie? Hier. Go Marionett-Spinne! Versetzt der Monster in den Reitbar-Status, indem du sie ausreichend oder stark mit Seidkäfern-Sprungangriffen und der Seidenbinder-Aktion verletzt. Sie gegen ihn erkämpfen lässt oder bestimmten der einheimische Wesen nutzt. Okay. Ich kann den Weifern jetzt reiten. Und ich habe ein neues Haustier. Du gehörst jetzt mir! Das ist jetzt meins! Okay, ich bewege mich. Hier kann ich ewig lang das Viech reiten. Oh, man könnte so ein Arsch-Simmel sowas sein und einfach seine Freunde angreifen. Notfall ausweichen. Sieht ja aus, als ob das Viech leidet. Na gut, tut es ja eigentlich auch. Was genau muss ich jetzt ausweichen? Ja, habe ich jetzt gerade. Weiter im Text. Oh, jetzt soll ich das Monster schleudern. Ich schleudere es gegen den Turm da. Nach Möglichkeit. Ja, ich drücke Y während ich das Vieh reite. A und B muss ich benutzen, um meine Balance zu finden. So. In den Turm mit dir. Huiiii. Pam. Na gut, und irgendwann fliegt man natürlich auch runter. so und da rein mit dir ich wollte ihn eigentlich da rein sind jetzt soll ich wahrscheinlich den anderen damit verprügeln na gut wenn die sich gegenseitig umbringen ist auch recht zack los okay berittener rächer verfügbar den kann man mit x und a angreifen jetzt kann ich den verheerenden berittenen rächer ausführen habe ich den jetzt ausgeführt okay hab's geschafft ouch okay du gehörst mir ich habe ein neues haustier ja okay er gedrückt halten sonst fliegt man runter hast du ja gut gemacht mädel so und jetzt will ich noch das eine vieh jagen ja guck mal was man damit auch machen kann hatte das war nicht das was ich zeigen wollte mit denen kann man nämlich nach irgendwie kommt man mit dem so rumdrehen okay das hatte ich jetzt nicht gemein aber auch schön wenn wir den bären jagen können beide viecher einmal jagen gut machen wir ich nehme auf jeden fall jetzt erstmal das blitzkäfer hier irgendwie wieder mit der ist nämlich immer nützlich okay hier kann man immer schön werfen und dann ist das vieh blind okay ich bin ein bisschen scheiß im ende hast du dumm gefunden ja das ganze nach dem werfen dann hauen die ab IAN so 7 wie es tut er her刑 oder oder noch kurz gucken jemand wahrer legen da oben gucken hier ist das hauptvieh den obstmuster werden sein gut ist der bär schwierig geht es geht okay also der ist langsam okay will ich bitte schnell hat aber auch kraft in seinen tatzen okay habe ich nicht der bär heißt übrigens art zu ross okay so weiß ich auch nicht ist der ja ist das ein knuffi hast du es gesehen mit den drehen was ich gerade meinte ja das hatte ich die ganze zeit gemeint hat sich hinbekommen aber auch so schnell ab weil er eine ganze weile gesessen hat und wahrscheinlich kurz vorm gehen warum wir sind genau dann aufgetaucht so ich würde gern diesen sprung noch mal machen woher wird der popo ich glaube dafür muss ich diesen anderen modus verwenden das könnte stark sein oder hat gerade richtig passiert oh ja ich habe haustier schweden guck mal ich hab mal sollen das ist jetzt meine art tschüss 24 gegen die wand mit dir so ich habe ihn gegen die wand geworfen und bin da runtergeflohen blau so kommt das muss noch mal treffen wer ist eben zu boden wird dann kann man auf ihn drauf unternehmen monster ist auch so eine blaue leiste wenn die voll ist dann ist ja kurz davor so hin zu fliegen und die greifen sich gerade gegenseitig an das kann man nutzen bleib hier ich will dich ausnutzen steht dann hier der steht noch da oben ach das sind diese wie heißen diese fallen krähen füße man kann mit dem fallen käfer krähen füße werfen und ich sehe du hattest gerade ganz gut spaß zumindest versucht ja ich hab's mal eben kurz geblendet übrigens diese leuchtenden teile die würde ich immer auch sagen das sind irgendwelche teile von denen die man für die rüstung gebrauchen kann also jeden der demo natürlich für uns absolut unbrauchbar aber in der vollversion weise spores würde ich es halt einsammeln ja da kannst du die rüstung machen ich bin nicht mal richtig durch die luft geflogen ich war noch nicht mal fertig aufgestanden ich glaube an dich eine ewigkeit später ich habe jetzt ungefähr den abstand nicht raus immer von hinten der an das ist auch mega stark also ich mache bei jedem dritten schlag 70 aber ich bin genau drüber gesprungen wenn blasen einfach drauf und funktioniert auch okay also dafür sind die katzen echt nützlich es ist hingeflogen ja das ist dieses humpen was ich meinte hattest du es kurz gesehen ja wenn diese humpen dann sind sie am arsch ok honig soll ich kriegen jetzt noch der macht ja und dann können wir das andere für umbringen drachen schlacknuss weifer munition da rennt der starten wir uns den holen wir uns in den drecksack ich wollte damit nicht ausweichen ich wollte damit angreifen das ist tot easy peasy so wie sie leichter noch ein bisschen ausnehmen muss ich jeden beutel auch mitnehmen so musste der hat die reiche gebrochen du kriegst können die können den lot auch nicht wachsen es gibt nur ein wie was die anderen viecher tatsächlich auf frisst aber das vieh das ist auch ein leben der t-rex ach du scheiße das vieh ich bestehe dann auch nur aus muskeln also das ist auch der gefürchtete feind den es in dem spiel gibt heißt demonio und sobald du den einmal bekämpft weißt du wovon ich rede ok also das vieh jagt man dann auch für gewöhnlich zu viert zu viert ja den demonio also das mega vieh das jagt man zu viert ok es hat sich selbst aufs maul gelegt an audi aufs gesicht er ist ja nicht ganz so stark wir können uns ja auch noch mal an den drachen versuchen nee du hast eine falle gelegt ja ja diesen angriff finde ich sehr interessant der von katana der hat zum beispiel so ein konterschlag jetzt kannst du drauf was musst du machen er gedrückt halten und dann kannst du mit dem rumrennen ok und du kannst mich natürlich auch mit dem tiefer prügeln bitte mal es nicht am besten ist schon das ding gegen die wand kannst du natürlich aber halt auch auslusten um andere viecher anzugreifen mach doch deutlich mehr schaden als unsere waffen je nach wie ich aber also ist natürlich schade ist es jetzt zur demo halt nur so weniger monster gibt aber ja ja zeig ja trotzdem welchen spiel spaß damit man hätte also die vollversion hat ja deutlich mehr monster das letzte spiel hatte glaube ich so über 120 monster krass davon waren 5 drachen älteste drachen älteste sind die heftigsten viecher des ganzen spiels echt was können die so dein leben auseinander nehmen krass also zum beispiel gab es dann so ein vieh das wirklich so groß war wie eine stadt dann noch mal eins das sich um einen kompletten berg geschlungen hat und auch den halben berg wegreißen konnte also die sind nicht zu unterschätzen bei einem früheren spiel gab es dann auch noch so ein unter wasserseedrachen ja der hat ganze erdbeben ausgelöst alles klar so ein riesiger drache der durch den sand sich fortbewegt weil sie die legende vom leviathan kennt dann weißt du ungefähr wie groß der ist also der ist so 50 kilometer groß ja warum nicht auf den kann man auch dann drauf mit einer spitze kann dem abbauen nicht schlecht also es gibt wirklich sehr viele viecher und halt die drachen das ist jetzt mega stark die nehmen einen komplett auseinander die hat man alle zu viert ok der demonio ist tatsächlich kein drachen ältester der ist ein kampfweifern ok das sind drachen beziehungsweise dinos und die fliegen halt nicht aber dafür extrem viel angriffskraft ok und die können auch hier irgendwie speziell angriff haben oder jeder hat seinen speziellen angriff beim vorherigen teil gab es auch so ein riesiges mammut ja das konnte an so einen eissturm vor sich machen ah und hatte auch ständig so eisklub um seine füße drum die haben dann die füße beschützt achso warum dann w w